einen wunderschönen guten abend liebe kenberg herzlich willkommen bei uns auf dem kanal bei mega caravan in den gespül ja was ist der anlass des heutigen videos technik technik und aber auch eine auswertungsliste von unserem tourneeprojekt und wie geht es da weiter da haben wir nämlich eine hoppsala schauen wir mal schnell dahin eine super tolle resonanz von euch bekommen also das sind alles so die kommentare die man von euch bekommen haben dafür schon mal ganz ganz lieben dank ich will euch da ja mitnehmen rauskristallisiert hat sich auf alle fällen 18 zoll felgen auch hat sich rauskristallisiert dass es auf alle fälle die delta felge wird und was haben wir denn noch verstärkte fotterfedern natürlich die schwarzen led blinker ganz klar die haben wir auch alle schon bestellt die delta felgen sind auch schon bestellt dann haben wir die nightbreaker die kommen auf alle fälle rein das habe ich auch bestellt weil das das funzellicht was davon drin ist das ist glasklar das funktioniert nicht und dann haben wir natürlich noch das unterflur licht wo er versprochen oder beziehungsweise schon angekündigt hat das kam auch ganz gut an und vorne hat sich rauskristallisiert laut der tabelle das hat unsere mitarbeiterin heute ausgewertet und zwar die runden scheinwerfer wolltet ihr vorne haben also die die mehrheit von euch ist für die runden scheinwerfer mit dem extrem die ja auch die zulassung haben also wenn wir wahrscheinlich auch die nehmen weil ich habe ja gesagt wir machen das so nach dem mehrheitsprinzip was so gewünscht ist wird das auto mit euch gebaut und daran halten wir uns natürlich auch und somit sind das so die favorites wo sich rauskristallisiert haben wo man auf alle fälle schon mal angegangen haben und wo man auch alle fälle schon mal bestellt haben damit die ware jetzt auch bald möglichst kommt damit wir mit dem projekt beginnen können und da nehme ich euch auf alle fälle mit da freue ich mich auch riesig drüber dass ihr da echt gigantisch so fleißig mitgemacht habt das ist echt mega super lieben dank und da gibt es für euch alle in daumen hoch weil ich finde es echt mega und ich bin auch richtig gespannt wie man dann wie wir das umsetzen und wie ihr dann auch weiter entscheidet da kommt dann in den nächsten videos wieder mal so anregungsthema von mir wo ihr dann wieder abstimmen dürft wie wir dann weitermachen und dafür schon mal ganz ganz lieben dank auch ganz lieben dank schon für die ersten anmeldungen ihr habt schon fleißig e-mails geschickt perfekt und info at mica minus caravan.de da sind schon die ersten anmeldungen für unser camper treffen kommen wow also ich bin begeistert und ich habe da auch schon ein paar zusagen bekommen 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 von ein paar bekannte youtuber die auch da sein werden und da sind wir schon gespannt wie wir da auf alle fälle was wir da für programm aufbauen und wie wir da weitermachen also da freue ich mich schon ganz ganz tierisch drauf also das wird richtig klasse und jetzt schauen wir mal zu unserem neuen projekt hinter in die halle da habe ich nämlich ein nagelneues nein nicht nagelneues aber ein schönes fahrzeug stehen und da möchte ich euch unbedingt mal mitnehmen weil das fahrzeug hat mich sehr begeistert und das möchte ich euch nicht vorenthalten und was wir daran tun was wir daran umbauen und wie wir es umbauen und dazu schauen wir jetzt mal hinter da steht das objekt der begierde einen bürstner und zwar einen harmony line und ich wie das fahrzeug als erstes gesehen habe ich muss ganz ehrlich sagen ich bin positiv erschrocken der grundriss hat mich so was von geflasht also muss ich wirklich sagen man sicherlich ist es nicht was für jedermann aber ich denke es ist ein echtes thema so jetzt ziehe ich mal meine schuhe aus weil in so ein schönes fahrzeug geht man natürlich nicht wir haben es noch nicht ganz abgedeckt hoppla jetzt habe ich das licht ausgemacht und zwar möchte ich euch mal mitnehmen in das fahrzeug hier vorne ist alles typisch klar oder es ist sehr schön nicht typisch hier ist die sitzgruppe hier habe ich schon ein bisschen aufgebaut da komme ich gleich dazu zur technik ist auf fiat ducato basis hier oben haben wir das panoramadach alles gut das kennen wir natürlich haben wir hier auch die küche entsprechend kennen wir auch wobei die schon sehr schön ist mit der ausschwenkbaren platte damit man ein bisschen mehr platz hat also das finde ich schon sehr sehr schön dann haben wir hier ist badezimmer wups mit einer trockentrenntoilette hier ist umgebaut worden auch das ist wunderbar echt schick also dahinter haben wir natürlich die dusche separat ganz ganz toll also alles super jetzt kommt aber für mich ja das highlight und jetzt drehe ich mich einfach mal um das ist das hier die lounge also ich nenne es jetzt mal die lounge also ich finde es im heck vom fahrzeug echt schuldigung ratten geil dass man hier echten sofa hat also ein richtiges sofa wo man einfach hier ein couch das davor stehen hat dann hat man hier noch zwei hockerchen wo man die beine auflegen kann und es sich einfach bequem machen kann auf dem sofa und natürlich wenn man jetzt hier in der lounge sitzt uns dann herumdrehen dann haben wir hier noch den großen fernseh der hier auf der schiene natürlich verstellbar ist dann kann man sich runter schieben und dann kann man sich hier guckt mal die riesen fenster seitlich also auch mega hier zutritt verboten ok gehen wir auf die andere seite hier schön da hat schon jemand sein sonnenschirm aufgebaut da geht schon los also toll großer kleiderschrank hier an der seite also echt top oder also ich finde das hat richtig was wohnzimmer technisches und das das raumgefühl was mir hier natürlich auch hat ist gigantisch also das finde ich richtig top also muss ich wirklich sagen ich bin mega begeistert ja wie schläft man natürlich hier mit dem huppett was elektrisch runter fährt und dann hat man im prinzip ein queensbett wenn das unten ist und kann ganz normal schlafen also ich muss sagen respekt mir mir persönlich gefällt der grundriss sehr sehr gut weil man hier eben so ein bisschen die 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 intimsphäre hat wo man abends schön ist sitzt wieder heim zum essen hier in der küche und in der essecke hier ganz gemütlich hier kann man natürlich auch fernseh schauen und wenn es dann einem in den gemütlichen teil übergeht wandert man mit seinem cocktail nach hinten und macht sich einen gemütlichen fernsehabend spieleabend oder was auch immer also echt top gefällt mir sehr sehr gut muss ich wirklich sagen also ich bin total begeistert so was machen wir hier in der technik ich habe hier schon aufgemacht hier haben wir nach wie vor eine gasheizung die kombi die nicht die quatsch die kombi 6 von truma auf gas und die fliegt raus ihr wisst ja mega caravan ist darauf spezialisiert wir waren ja einer der ersten die das so ein bisschen in die wege geleitet haben und macht haben und natürlich haben wir das nicht aufgegeben jetzt sind auch die diesel drummers wieder lieferbar und ich habe auch mittlerweile ein paar auf lager und somit können wir hier so ein bisschen unserem ich hätte jetzt schon fast gesagt hobby nein unseren ursprung wieder aufnehmen weil das falls euch erinnern könnte vor längerer zeit habe ich da video gemacht und über die umrüstung von gas auf diesel wo ja viele sagen dass das technisch nicht machbar ist ein riesen aufwand ist und tralala ja es ist ein aufwand ja es ist technisch machbar ja es kostet geld ist alles klar aber ich habe natürlich dann den vorteil ich bin wesentlich autarker weil natürlich durch diesel habe ich immer an bord und wenn ich eine dieseltrume habe die optisch übrigens ganz genau so ausschaut wie die hier das habt ihr ja auch schon gesehen in meinen videos hier haben wir nur eine kleine besonderheit hier müssen wir da draußen haben wir den abgas und der diesel abgas kamin der ist natürlich wesentlich größer und her passt hier an der stelle nimmer rein also das heißt wir müssen einen neuen machen und den machen wir dann hier dahinter so so kurz über den gaskasten wie wir da hinkommen das zeige ich euch während wir das tun da haben wir uns auch schon ein wenig ausgedacht heute ich werde jetzt noch mal die heizung hier ausbauen dann haben wir so ein bisschen mehr platz um die leitungen zu legen und die dieselleitung zu legen werde ich jetzt mal hier das ganze zeug hier entfernen und dann können wir hier richtig loslegen dann bekommt das fahrzeug noch einen rapid von wcs warum bekommt das fahrzeug einen rapid vom wcs ganz einfach weil der rapid natürlich schon eine besondere einheit ist um die stadtabattrie zu überwachen das ist ein mikroprozessor der natürlich das fahrzeug permanent stadtbereit hält und das ist schon eine tolle sache und jetzt schauen wir mal einmal kurz außenrum nein jetzt schaue ich euch mit euch erst hier rein weil das fahrzeug war nämlich schon bei der firma wcs wurde von der wcs von firma wcs umgebaut in die autargie hier haben wir nämlich schon einen machen wir mal hier auf jetzt weiß ich nicht ob ihr seht ne sieht man nicht ist zu dunkel hier hat die firma wcs schon lithium batterie hauptschalter und alles mögliche eingebaut und wir ergänzen das jetzt noch um den rapid macht Sinn auf alle fälle weil der rapid halt wirklich eine ganze ecke dazu beiträgt damit das fahrzeug einfach immer stadtbereit bleibt ja jetzt weiß ich geht natürlich auch mit einem standby lager der wesentlich günstiger ist kann man natürlich auch machen aber der rapid hat ja nicht nur diese funktion er hat ja noch andere funktionen dazu aber dazu in einem anderen video mal mehr so hier haben wir den truma auslass der passt natürlich hier nicht mehr her weil hier habe ich die wand schon von unserem gaskasten und da der dieselauslass hier länglich ist werden wir den zwar belassen optisch weil da ist natürlich sonst ein loch drin werden aber hier hinter der klappe da oben drüber einen neuen machen und zwar den von der diesel dann weil der natürlich wesentlich größer ist und darum müssen wir den dann hier oben hin machen aber das stört den kunden nicht das ist alles besprochen weil die klappe machen wir ja dann immer so oft auf und dann haben wir eben den dieselauslass hier oben und das ist so weiter nicht mehr dramatisch das funktioniert ja das machen wir an dem fahrzeug und hier haben wir die die heizungen schon parat hier stehen sie schon eins zwei drei und vier wie auch hier unser restliches lager also es füllt sich alles was aber da seht ist schon verplant und ist schon wieder verkauft wir müssen alles schon bloß noch einbauen und ja da sind wir aktuell dran und was ihr hier noch seht das habe ich hier schon mal aufgebaut da mache ich demnächst ein video drüber weil ich dieses modul hier teste das ist auch von wcs mobile technik ein schindel modul in der hochvolt technologie mit 60 volt hat das ganze und da muss ich wirklich sagen das ist echt ein brüller 130 watt peak 60 volt also bei dem ding kommt richtig was runter ich habe hier mal eine schaltung gemacht und wenn jetzt dann mal ein bisschen sonne scheint die tage mal schauen wie morgen das wetter wird dann schiebe ich das mal raus und dann gucken wir uns hier mal die werte an weil das ist ja das was ich euch schon versprochen habe und das werde ich morgen morgen samstag filmen weil und euch mal mitteilen ich habe zwar da draußen steht dann einen hymer der wird morgen übergeben da habt ihr das video von mir gesehen der wird morgen abgeholt und dann nehmen wir uns hier mal die solarplatte vor weil mich wird es auch brennend interessieren was da wirklich runter kommt also rein rechnerisch ist es schon echt ein richtig geiles teil und da freue ich mich schon richtig drauf hier haben wir gleich mehrere stehen ich habe da gleich etliche bestellt weil die auch schon wieder alle verkauft sind und die haben wir gleich auf lager her genauso wie seine 100 watt mit 50 volt die natürlich ein bisschen kleiner sind und die mit 60 volt damit wir da einfach vorgerüstet sind weil jetzt nach und nach dann die autos kommen wo wir die alle verbauen müssen also da geht es wie immer bei uns ganz schön zur sache so in dem sinn jetzt habe ich euch mal wieder kurz abgedatet was bei uns in der werkstatt so los ist und jetzt gehen wir mal noch mal kurz nach vorne wow ihr seht was alles los ist also richtig geile projekte wieder die dieselheizung mega der malibu hat sich ein bisschen verzögert hatte er mitgekriegt durch leider krankheitsausfälle haben wir jetzt ein bisschen einen verzug reingebracht das heißt für mich morgen und wahrscheinlich auch am sonntag ein bisschen strafarbeit aber es hilft ja nichts ähm dann holen wir das schon auch wieder auf und dann kriegen wir das auch wieder hin gott sei dank haben unsere kunden da ein bisschen verständnis und auch ein bisschen zeit mitgebracht damit wir das sauber über die bühne kriegen können ja ist halt leider so das wetter gibt das übrige die grippewelle geht rum und da kann man nichts machen das ist halt manchmal einfach so steckt man leider nicht drin aber wir geben alles damit wir das natürlich so wieder ein bisschen aufholen und da wieder weitermachen die tage kommt auch der tournee natürlich raus weil der ist ja verkauft dafür kommt dann unser objekt hier rein weil den bauen wir dann hier teilweise um und da kann ich euch dann immer ganz geschickt mitnehmen damit ihr auch seht was da passiert wie es da vorwärts geht und da können wir immer drüber philosophieren wenn man mit der frage aussteht weil ich brauche euch da dabei weil ich möchte es nicht alleine entscheiden ja in dem sinn wünsche ich euch ein wunderschönes wochenende ist ja langes wochenende hey mondag ist glaube ich feiertag super habt ihr ja langes wochenende top viele waren unterwegs sein heute waren schon zwei kunden da die nochmal die letzte fahrt genießen bevor das auto im winterschlaf geht und nutzen das lange wochenende war richtig schön die einen waren aus ich glaube stuttgarter raum da haben sie noch ein paar airtune filter mitgenommen ganz ganz liebe grüße an euch ich weiß ihr schaut meine videos und bitte nicht böse nehmen wenn ihr da kommt ihr könnt mich jederzeit gerne ansprechen wenn ich hier manchmal ein bisschen so in mich gekehrt rumrennen weil mein kopf natürlich immer voll ist und ich da halb in der werkstatt und e mail und das und jenes also bitte gar nicht persönlich gottes willen das ganze im gegenteil ich freue mich über jeden besuch von euch also ist richtig mega und natürlich können wir uns auf fünf minuten zeit nehmen jederzeit und da einen kleinen talk halten überhaupt kein problem und vielen vielen lieben dank für euren besuch war mega nett von euch und ja in dem sinn nochmals schönes wochenend habe ich euch schon gewünschen bleibt alle gesund natürlich freue ich mich wie immer über rege kommentare so ein abschlag und meinungsaustausch finde ich immer ganz konstruktiv und ja bis die tage auf alle fällen nächstes video folgt und über ein like freue ich mich genauso wie über ein abo ist ja logisch und bis dahin schöne grüße bis bald ciao ciao Bis zum nächsten Mal.